Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 10309 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ich trainiere Schach am Computer, um besser zu werden. Ich hoffe, es hilft. Ich trainiere Schach am Computer, um besser zu werden. Ich hoffe, es hilft. Schach ist ein Strategiespiel für zwei Spieler und stammt wahrscheinlich aus Indien. Schach ist ein Strategiespiel für zwei Spieler und stammt wahrscheinlich aus Indien. Schach ist ein Strategiespiel für zwei Spieler und stammt wahrscheinlich aus Indien. Behandle alle Menschen mit Respekt und Würde. Behandle alle Menschen mit Respekt und Würde. Nach einem hektischen Berufsleben können wir nun unseren Ruhestand genießen. Die Planung eines neuen Unternehmens erfordert eine sorgfältige Prüfung der finanziellen Möglichkeiten. Volksbücher oder Volksmärchen waren Erzählungen, die im Mittelalter in der Bevölkerung verbreitet waren. Volksbücher oder Volksbücher waren Erzählungen, die im Mittelalter in der Bevölkerung verbreitet waren. Volksbücher oder Volksbücher waren Erzählungen, die im Mittelalter in der Bevölkerung verbreitet waren. Ver��raten Kann ich dir beim Kochen helfen, oder kommst du alleine zurecht? Kann ich dir beim Kochen helfen, oder kommst du alleine zurecht? Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren und gib uns bitte ein Like